Hey, das ewig oder nur eine bestimmte Zeit? Das ist mal meine Frage gerade. Aber ohne auf den Schalter komme ich trotzdem nicht. Aber was hat mir... Was bringen mir das jetzt gerade eigentlich? Okay, nein, ich werde auf. Oh nein! Aber ich brauche das. Für oben. Steht. Gut, ich nehme jetzt erstmal... Oh, warte mal, war da... Habe ich da gerade... Habe ich da nicht gerade irgendwie... Hast du von uns denn gesehen? Ne. Hm, okay. Gut, was bringt mir das hier jetzt? Ähm... Kann ich eigentlich eine... Ja, wenn ich eine Bombe reinmache, dann sinke ich tiefer, ne? Wenn ich jetzt... Aber dann muss ich den perfekten... Jo. Hallöchen. Äh, dann muss ich hier den perfekten Dings... Jump ins Wasser machen. Eich, du Kecke. Nein! Ach, ich bin voll da... Oh, Mann. Okay. Aber habe ich hier oben gerade irgendwas gesehen? Weiß nicht. Hä? Hä? Nee. Schätze nicht. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich schwimme mich mit B schneller oder sieht das einfach nur so aus? Ich sehe... Ich mache einfach nur irgendwas komisches. Okay. Super. Was muss ich jetzt hier machen? Was hat mir das Wasser ermöglicht? Oder was ermöglicht mir das Wasser gerade? Schaut momentan noch nach nichts aus. Oh Gott. Gegner. Ich sollte auch treffen. Meh. Das ist... Okay. Aha. Hast du E's oder Els in deinem Namen? Litfe? Iltfe? Irgendwie so? Auf jeden Fall. Hallöchen. Das war vielleicht dumm. Au! Es war dumm. Äh, Moment. Ist das ein Eingang? Ne. Okay. Ich habe hier oben doch was gesehen. Wusste ich's doch. Was macht der Schalter? Der öffnet das. Okay. Muss durch alle Ringe durch. Okay. Oh, je, je, je. Ja. Geschafft. Nice. Wow, ihr macht das. Prima. Danke. Äh, so. Ich will doch, oh Mann. Gewelten erweitern. Ja. Ich weiß. Iltfe. Okay. Und eigentlich spricht man nur die Buchstaben einzeln aus. Okay. Warum? Alles klar. Dann nenne ich dich einfach. Weiß ich nicht. Ich will das haben. Ja, nice. Aber da oben ging's noch weiter, glaube ich. Hab ich das gerade richtig erkannt? Gab's da oben noch? Ja. Wie komm ich da hin? Chat. Jetzt ehrlich. Nein. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Okay. Geht das vielleicht, wenn ich... Okay. Weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ich hab's geschafft. Sehr gut. Ähm. Was hole ich mir jetzt? Komme ich da oben? Wie komm ich da hoch? Die später wahrscheinlich... Später krieg ich diesen Superjump, glaube ich. Gänze ich jetzt einfach mal. Ist da was drin? Nee. Hier ist nichts. Alles klar. Kann ich den eigentlich... Nein, kann ich nicht. Okay, dafür... Moment, dafür kann ich diese Wasserpflanzen von oben nutzen. Glaube ich. Oder? Geht das? Ich hoffe, das geht. Zack. Wenn ich jetzt hier diese Wasser... Äh, diese Eispflanze nehme, meine ich. Jetzt runterfallen. Und die jetzt auf den schieße. Ja! Okay. Das hat mir jetzt genau was gebracht? Ist das Page jetzt offen? Nein. Toll. Wie öffne ich das jetzt? Scheiße, okay. Oh Gott. Mir geht's ganz gut soweit eigentlich. Ich hab grad nur ein paar Probleme, um Yooka Lady gut zu spielen. Aber sonst geht's eigentlich voll klar. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Und selbst so... Nein! Oh, ich will diese... Ja! Nein! Ja! So, wir zum Thema Gutspielen. Gut. Oh, wir sind schon wieder hier oben. Ähm... Okay. Gut. Immerhin hab ich die Feder jetzt. Und jetzt kann ich... Kann ich da hinten? Nein, ne? Au! Ich wollte im Wasser landen. Für das Page musst du Sachen an der Wand unten im Boden stampfen. Echt? Sachen unten an der Wand. Ah! Ich seh's grad, ja. Oh, cool. Ähm... Ah, danke für den Tipp. Okay, cool. Denn er ist... Oh, Gottchen. Ähm... Das hier ist das. Okay. Wo ist diese Hand? Ich seh diese Hand nicht. Da. Okay. Äh... Da. Yes! Super. Geil. Dankeschön. Aber dieses Mal wär super, wenn du... Nicht gleich die Lösung sagst, sondern einfach nur sagst, dass ich mir das hier nochmal anschauen soll. Das genau anschauen soll oder sowas in der Art. Wär ganz super. Weil sonst hab ich ja nichts zu rätseln. Okay. Das hier ist ja zum Glück noch aktiviert. Oh Gott. Muss ich die besiegen? Ich wette, ich muss die besiegen alle, oder? Nein, muss ich nicht. Okay. Nice. Sehr geil. Oh, lol. Als ob da noch eine war. Das ist jetzt gemein. Ich hab die nicht gesehen. Okay. So. Was macht mir das Wasser möglich? Irgendwas, ich weiß. Aber ich weiß noch nicht was. Das finde ich noch heraus. Irgendwie. Ich folge einfach der Wasserspur. Ah. Ah, Moment. Vielleicht hier irgendwas? Nee, oder? Ja gut, ich kann die jetzt hoch, aber das konnte ich vorher auch schon. Und hier drin ist immer noch das Pagy, wo ich nicht rankomme. Ja, und vor allem mit Wasser ist das hier auch nicht. Muss ich mir diese Symbole hier merken? Also diese beiden, die hier gerade auf dem Boden waren. Das da und das da und dann auch da hinten reinrammen oder so. Ja. Wäre mal eine Idee. Okay. Aber das probiere ich später aus. Nee, ich schätze nicht. Und ich glaube, das Wasser bringt mir auch nicht unbedingt was. Das ist jetzt bad. Ich sehe keinen Sinn in diesem Wasser. Wow. Nice. Außer, dass es halt jetzt den Weg hier... ...sache jetzt mal blockiert. Alles klar, für das Pagy. Hast du die Schweine? 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 Was, was, wie, hä? Was? Das sind Schweine. Oder Schweine. Oder was auch immer du meinst. Ich glaube, ich habe sie noch nicht. Nein. Ja. Okay. Schweine. Nee. Habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Wusste nicht mal, dass es hier Schweine in dem Spiel gibt. Kann ich da hoch? Ich komme da nicht hoch, oder? Ausprobieren. Nein, ich komme nicht hoch. Okay, dann rollen wir jetzt erstmal hier mit dem... ...Klasto da, wie der hieß. Ja, klar. Kartos. Ach, Kartos. Okay. Oh, Junge. Wie in den guten alten Zeiten. Yeah. Aber wenn ihr ein paar Pages aufreißen wollt, müsst ihr 60 Edelsteine auf meinem Gleis sammeln. Bevor ihr das Ende erreicht. Ach Gottchen. Ja, die Steuerung wäre ganz geil. Mit A springst du, mit X schießst du, mit dem beschleunigst du. Oder bremst du. Alles klar. Jo. Ja, ich such mal gerne weiter. Okay, und spring. Nice. Mach das alles ganz in Ruhe und langsam. Oh Gott. Nein. Ich hoffe, ich muss nicht alle Edelsteine sammeln, weil dann habe ich jetzt gerade welche verpasst. Scheiße. Gibt es hier mehr als 60? Ich hoffe... Au. Nein, das zieht mir Edelsteine ab. Oh, wie unfair ist das denn? Es gibt hier, wie es aussieht, mehr als 60. Nice. Ja, ich habe 60 Edelsteine. Huh. Oh Gott. Schön. Ei, 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 ei. Aua. Okay. Nein. Das ist unfair. Okay, ich habe immerhin meine 60. Alles klar. Sehr gut. Juhu. Klasse, Partner. Manometer, nach all den Jahren... Nee. Manometer, nach all den Jahren fühle ich mich wieder wie ein junger Karren auf den Gleisen. Ah, ich glaube, dein bestaubter alter Karren hat mir Ausschlag verpasst. Ja, danke, dass ihr einem alten Karren nochmal so richtig Spaß bereitet habt. Hier ist euer Page. Yeah. Mit Katas Rückkehr. Cool. So, wie viele Page's haben wir denn jetzt? Hier mittlerweile? 13,25. Okay, uns fehlen noch 46 Federn. Okay. Alles klar. Alles klar. Das da muss ich noch machen. Okay, wenn ich da runterfalle, könnte das funktionieren, oder? Kann ich da so runterspringen? Ja, ich glaube schon. Ich mach das mal. Uah. Okay. Ich werd abgeschossen. Ach, lol. Oi. Blöde Viecher. Hier noch Federn oder so? Nein, okay. Okay. Ähm, komm ich da rüber? Ich lockere nicht, oder? Ich versuch's. Huah. 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 Locker durch. Yeah. Ja, da ist ein Page, genau. Ey. Seid ihr wegen der Aussicht hier? Ja, nein. Wir sind hier, um dich zu holen. Yeah. Um mich zu befreien, musst du diesen Kurs schaffen, indem du durch die Reifen gleitest. Frag nicht warum. So läuft das eben in dieser Höhle. Hö. Viel Glück und schaut bloß nicht nach unten. Okay. Ach, Göttchen. Alles klar. Yeah. Yeah. Ganz viele neue Federn. Sehr cool. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Komm weg. Blöde Biene. Fliege. Biene. Was auch immer du bist. Nein. Okay. Ich glaub, das schaff ich nicht. Nein, ich schaff's nicht. Nein, ich schaff's nicht. Okay. Ich brauch's da. Okay. Wahrscheinlich brauch ich dafür auch die Schweine, wie du erzählt hast. Um zu gleiten. Was macht das hier denn? Blöde. Hallo. Irgendwas kann ich damit machen. Wissen nicht was. Alles klar. Ich brauch noch so eine Wasserfrucht. Immer noch. Aber bisher hab ich die einzige nur oben bei dieser Wolke gesehen. Und das hält nicht lang genug. Außer, aua. Verdammt. Bam. So. Ich könnte auch mal was anderes versuchen. Ich hatte noch eine Idee, was ich machen kann. Und zwar. Ach ne, wenn du gesagt hast, ich brauch Schweine. 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 Wo war ich denn noch nicht? Ich war, ach genau. Ich war noch in einem anderen neuen Abschnitt noch nicht. Wie lange bin ich jetzt am Streamen und aufnehmen? Eine Stunde. Okay. Eigentlich. Nee. Nee, nicht für das Pätsch. Für das andere. Ich versuch mal was. Genau, hier. Ich will mich einmal... Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Ich will... ...bitte wieder an eine Pflanze verwandelt werden. Ja. Bäh. Richtig eklig, ey. So. Äh. Kann ich denn überhaupt hier hoch als Pflanze? Ja, kann ich. Alles klar. Das ist sehr gut. Kann ich mit der Pflanze hier irgendwas machen? Nein. Okay. Gut. Dann hat sich meine Idee auch schon erledigt. Ich hatte da oben drauf nämlich noch eine Pflanze gesehen. die... Äh. Ja. Die genauso aussah. Vielleicht das ist eine Teleportpflanze oder so. Opa, nein. Ja, ich will wieder Yukon Lady werden. Und was ich jetzt noch... Genau. Ich kann ja noch das Minispiel, das Skiespiel machen. Ja. Ach ja. Hallo, Duke. Hallöchen. Ich sollte mich bei Steam auf Offline stellen, wenn ich aufnehme. Beziehungsweise stream. Ich muss jetzt echt noch mal mit dir reden. Ja, ist ja willig. Ja. Sehr gut. Hi. Hervorragend geschossen. Ich muss nur noch ein paar dieser Missdinger wegboosten. Okay. Das machen wir. Noch so viel. Zack. Okay. Da sind noch welche. Kann ich überhaupt zielen? Kannst du mal... Danke. Kann ich auch zielen? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Meine Güte. Komm. Nice. Echt jetzt? Oh, ich hab's getroffen. Was? Nein. Oh, ich will da nicht getroffen werden. Nicht runterfallen. Nice. So, das kommt jetzt nochmal random von irgendwo, oder wie? Yeah. Eine erstklassige Schussvorstellung für zwei Leute aus dem gemeinen Volk. Ey, wir sind nicht gemein. Ich glaube, ich habe euch gut darauf vorbereitet, den Rest der Firmi-Schergen im Spiel zu erledigen. Geht und holt euch eure Belohnung. Nice. So, das ist dann aber auch, glaube ich, erstmal unser letztes Page für heute. Wir haben jetzt elf. Nice. Ich glaube, das ist erstmal das Letzte, was wir heute mochen, gemocht haben. Ja, ich schätze schon. Im nächsten Stream werden wir dann da oben uns alles angucken, was da jetzt neu erschaffen wurde. Da oben. Oh Gott, oh Gott. Komische Viecher. Geh mal weg. Geh mal weg. Nice. Was ist da hinten noch? Da war nichts. Da war ein Geist, glaube ich, ne? Genau. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Ah, hier sind Feuer... Oh, cool. Das sind Feuerpflanzen. Gut. Gut, 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 gut. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Autsch. Drei. Nah.